Hallo Freunde, ich wollte mich ja noch mal melden. So, das ist diese Landschaft, die ihr letztens im Winter gesehen habt. Mal im, ja es ist zwar Juni, ne Juli ist es schon, der 7. Juli. Aber es ist halt ein bisschen bewölkt, aber wir haben 26 Grad. Mit einem angenehmen Lüftchen hier oben auf den Hochweiden. Und wie gesagt, das ist der gleiche Standort, wie das Wintervideo, was wir vor ein paar Monaten gemacht haben. Nur halt im Juni und nicht im Dezember. So. So, mal wieder in der Heimat, wie gesagt. So. Ich will schwenken noch mal kurz zurück. Da hinten ist Marsberg. Man kann es, ja, so einigermaßen erkennen. Vielleicht, wenn er jetzt die beiden Berge recht nimmt, dann weiter im Hintergrund ist Marsberg. Ich mache es mal ein bisschen größer. So. Mal gucken, wo haben wir es denn jetzt? Da, 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 da. Da ist eine Kirche von Marsberg, das Ober-Marsberg. Und wie gesagt, das ist der gleiche Standort, wie bei dem Wintervideo. So, das sieht jetzt zwar alles ziemlich nah aus, aber ich würde sagen, straßenmäßig ist Marsberg mindestens noch eine ganze Ecke über zehn Kilometer weg von uns. Da unten ist eine Fabrik. Ich glaube, der Ort heißt Beringhausen und Bredler. Und wie gesagt, wir sind hier oben bei dem Bekannten auf dem Bauernhof, wo wir im Winter auch schon mal waren. So. Aber wie gesagt, wenn ihr das jetzt hier so in echt sehen könntet, echt geile Landschaft. Hier haben wir uns schon mal ein bisschen Gras geschnitten und gebändet. Man kann es vielleicht erkennen. So, dann gehen wir noch mal ein Stück zurück. So, wie gesagt, da hinten in der Ferne ist Pattberg und, äh, nein, Quatsch, ja, Pattberg ist auch da in der Nähe. Und, wie gesagt, Marsberg. So, mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. Ich wollte euch mal zeigen, dass es im Sommer genauso schön hier oben aussieht. Vielleicht mache ich noch mal ein Video, wenn mal weniger Wolken sind. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Falls ihr neu seid, klickt auf die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Euer Donnie. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch. Einen schönen und Einen. wie sagt ihr, Vielen Dank.